Hey mein Freund, ich kenne dich gut, denn ich habe dich beobachtet und ich weiß genau, was du durchgemacht hast. Aber du hast dich immer wieder durchgekämpft. Jetzt werde ich mir anschauen, wie du die nächste Aufgabe bewältigen wirst. Willkommen in der Icon League, Bilal. Aber wer wird dein Partner sein? Nein, niemals. Boah. Boah, der ist es. Leverkusen, Monaco, Leipzig, deutscher Nationalspieler und zweifacher Pokalsieger, Benjamin Henrichs. Ich bin dabei. Icon League, wir sind dabei.